äh jetzt brauche ich das da und das war ja genau irgendwie ist voll wenig los an mobs hier oh, ich hab mal das übergegeben Alter, ja genau, wieso habe ich jetzt Damage gekriegt und ne, hä? das komische ist, ich habe gerade Damage gekriegt, habe aber kein Herz abgezogen bekommen, glaube ich deine Rüstung? meine Rüstung schon hä? kriege ich da jetzt echt gar nichts ab? das ist ja wohl naja, ich bin ja auch kein Minecraft-Proner ich tue ja immer nur so du rüstung hast, dann kommt das bei wenig Schaden manchmal vor also wenn du nur so ein halbes Jahr so bekommst, dass du einfach gar keinen Schaden kriegst das gibt's schon das ratest du trotzdem nicht aus Versehen, äh wenn ich dann aus Versehen an dir vorbeilaufe und dich aus Versehen ja, ja, dann ist was? ja, dann ist was? auf Versehen vor allem es fällt ein bisschen auf, wenn du da und das Wort aus Versehen gewinigst ja, 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 dann ist ja ein Goazzip um dann aus Versehen, aus Versehen, bei ja ja, ja, ja ja Kürbisch mongoliden das ist nicht so es geht meinen Namen sagen achten wir können auch ich denke die fliegt hier ewig weit runter Lohr er hat die Baubeutung abzubauen und weil er mit Schnee noch die Kohle die zwei hier, ne, die drei äh, gib mir mal ein bisschen Holz gib mir mal ein bisschen Holz, bitte, ja aber valli-dalli nee, nee, Holz, bitte geh nicht in die Luft ich brauch kein Tropenholz ja, einschränkmal war man schon mal und welche? uh, dann kann ich Bombe bauen soll ich, ne, hab ich mir mein eigenes Holz gefarmt und, vielleicht, unzuverlässige Futter-Lady hier ey, du bist so Futter zuständig, nicht für Holz boah, ey, ich, vielleicht bin ich ein Holzwurm vielleicht bist du einfach eine kleine Situation dann werde mich unser Haus kommen du machst da nicht cleanings oder eben normalen Stein ich, oder wer denn, ich hab keine Ahnung, was das macht äh, ich hab die Dinger nicht gemacht äh, die Ausfüllung ausfüllen 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 Hör halt auf du bist so unmöglich mit dir muss man sich bloß schämen ich sag dir du 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 Ich bin ja auf Creeper-Jagd. Ich hab schon einen Gunpowder. Ich brauch bloß 5. Ich hab einen Creeper gekillt, aber er hat keinen Gunpowder gekillt. Das sagst du jetzt bloß, um anzugehen. Du hast eigentlich gar keinen gekillt. Ich hab fast 1100 Trillianen Creeper gekillt, aber leider keine Gunpowder. Ja, das ist schade. Passt einfach mit Pech. Extrem schade. Das ist ein Skelett. Dann klopft sie bitte auch kaputt. Du hast einen Schaf mitgebracht, Max. Oh. Ist egal, mal weg. Kommt dann komm hin. Ah, Schaf. Äh. Nein. Mach ich nicht. Oh, wir sind bei 30 Minuten, Leute. Äh, bei halb. Wey. Und das bedeutet jetzt. Ja. Schluss für heute. Hier in den gesuchtet. Ich würd gern noch, ich würd, ich, 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 ich würd gern noch was zu Ende machen. Was wirst du? Also, wenn ich das nächste Mal mit dabei bin, das ist ja... Und die können halt ihr Dings sammeln, müssen wir ja rum und dann vergessen, die Anzug füllen lassen. Hm. Wenn ich das nächste Mal mit dabei bin, äh, nicht mit dabei bin, dann ist ja so, ne, da ist ja offen und dann raus dir das dann, ne, und so. Ja, das ist schade. Ja, das dann haut dein ganzes Zeug gegenüber. Ja, oder wir, oder wir machen halt zu fünft. Ja, oder wir, oder wir machen halt zu fünft. Nicht weg. Da muss halt jemand noch... Das können wir auch machen. Ja, also ich hätt eigentlich gar nichts gegen. Muss ich ehrlich sein. Ich hab bestimmt schon lustig, soll man's machen. Nächstes Mal zu fünft. Ja, klar. Was, was noch mal? Was trotzdem machen ist, dass wir, äh, wenn, also, zu Ende der Aufnahme unser ganzes Zeug einfach in die Kiste hauen, falls dann einer nicht da ist. Das nicht von dem, das ganze Inventar weg ist. Wieso soll das von dem da nicht weg nicht da sein? Wenn ich jetzt rausgehe und in einer Woche wieder reingehe, ist das doch noch da. Ja. Ja, das ist, wenn jemand nicht da ist, dass wir trotzdem die Sachen haben. Ach so. Nö. Hab mal Pech gehabt. Ah. Dann nehm ich am Ende der Aufnahme, aber wenn ich sag, ich bin nächstes Mal nicht da, nehm ich dann alle Sachen aus dem Spoon. Und versteckt sie dann auf der Map irgendwo und dann... Das weiß man ja manchmal nicht. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Idioten auf die Idee kommen, sie könnten jetzt überraschend eine Aufnahme starten, während man nicht da ist. Gehst du mit mir? Ja. So, wir haben grad nicht zugehört. Hey, die Betten sind ja weg. Also kann ich Billy Boy auch mitnehmen. Und bei der letzten Staffel habe ich... Ja, du kannst Billy Boy auch mitnehmen. Zu beschriften kann ich auch mitnehmen und Aces Bett kann ich auch mitnehmen und nochmal zu beschriften kann ich auch mitnehmen. Hier oben sind lauter Kisten, die alle leer sind, was vollkommen dämlich ist. Die Öfen haben auch nichts inne. Mir würde sagen, wir machen da mal Pause. Sonst kommen wir heute gar nicht mehr zu. Ja, also wir können ja noch weiter machen, oder? Ich kann ja auch off-screen mein Ding fertig machen, also das werden die Zuschauer, die das sehen möchten, dann beim nächsten Mal sehen, wie es fertig aussieht. Ja, also wenn wir nicht aufnehmen, dann macht das Flug eigentlich immer den Server aus. Und das hat das letztes Mal mal gemacht. Ja, genau. Weil sonst ist irgendwie scheiße. Also, dann würde ich das mal richtig machen. Dann könnt ihr noch schon... Ja, okay, aber wir sollten ja nicht so viel aufnehmen, oder so. Sonst nehmen wir erst wieder in zwei Monaten, oder so. Und das wäre nämlich doof. Loll, wer hat hier... Äh, äh, hat hier irgendjemand mal eine Kiste hingestellt? Boah ey, schon wieder eine 16 Frames. Und dann ein Baum. Ich bin ein Baum. Okay, gut, das wird heute auch nicht messbar. Gut, ich würde sagen, machen wir Schluss. Alter Vater, was habt ihr hier gemacht? Haben wir jetzt schon eine Minute überzogen? Wollt ihr noch weiter... wollt ihr noch weitermachen, oder? Äh, ich mach mal schnell da oben, äh, das ist fertig und dann... Würde ich sagen, hören wir auf. Ja. Falls sonst niemand mehr was hat. Nee, weil ich brauch noch ein bisschen Cleanstone. Das dauert noch ein bisschen und das wird zu lange dauern. Ich würde da eigentlich ne Fackeln stellen, aber wenn du jetzt so dicht machst... Cleanstone hatten... Wofür brauchst du so viel Cleanstone? Ich hab ein Steck... Max, du machst die ganze schöne Atmosphäre kaputt. Ich hab ein... Ich hab ein... Ein 64er Stein, wenn man... Ding... Hier, warte... Schau mal, das sieht so richtig... Ja. Jetzt hab ich die Steine runtergeworfen. Cool. Nein, Mann, ich kann im Dunkeln nix sehen. Das ist wirklich nett. Ich schlafe immer mit Nachtlicht. Mit so ner Fackel direkt neben meinem Gesicht. Ey, ich bin zu voll, ey. Ja, gut. Das hat mich nie gesehen. Du... Ah ja, Schilder kann man jetzt decken. Ja, geil. Ja. Was? Und man produziert drei auf einmal nicht nur eines. So, ich richte mich mal wieder ein hier. Süß. Krieg ich auch ein Schild? So. Na klar. Darf ich als einziges Mädchen ein Bett alleine irgendwo haben? Ähm, wir können's ja so machen. Warte. Entweder kuscheln oder nicht schlafen. So. Und dann machen wir so. Jetzt sind wir drei. So. Und dass ja nicht Flubi irgendwas durch die Gitterstäbe steckt, ne? Das wollen wir ja nicht... Vor allem... Keine Ahnung. Oh, Alter. Hahaha. 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 Das war ne klare Wahn und Flubi, versuch's nicht. Äh, danke. Jetzt bin ich wieder zurück am Sporn. Ach ja, wir haben jetzt Bett vorstellt. Ach, schön. Ach, schön. Nee, wir machen das schon. Wir machen das schon human. Ja, okay, dann schlafe ich halt neben dir. Weil ich bin ja zur Hälfte Frau. Weiß bloß keiner. Komm, dann schläfst du hier in der Ecke, in der dunklen. Wir. Äh, bin ich richtig? Bin ich richtig? Nein. Bin ich richtig? Ja, denke ich auch. Nein, ich will mich nicht TP'n. Ungern. Unglaublich, dass du das jetzt mal sagst, ne? Loll. Ich hab hier grad ne Abbautextur in der Luft geschweben. Ist ja nice. Sehr nice. So. Oh ja, ich häng bei mir auch da. Haha. Ich, äh, muss dann schauen, wenn ich dann auch einen Slot hole, werde ich dann sehr höchstwahrscheinlich auch die Serverleistung erhöhen. Was ist das? Äh, äh, was ist das? Äh, das macht mir Angst. Was? Da hängt eine Abbaue, äh, Dings in der Luft. Wollen wir mal. Schau mal ein bisschen drauf. Naja, bin gar nichts. Schade. Äh, danke. ich hab immer noch nur eine halbe herzen bei wenigstens verliere ich nichts an meiner Rüstung Herr Fluby, was hast du eigentlich gerade gesagt? ich hab's dank AC nicht verstanden, was hast du gerade gesagt? ähm, und zwar, wenn ich deinen 5. Slot hole, werde ich auch, äh, geb mir meine Rüstung zurück sofort und meine ganzen Sachen ähm, wenn ich deinen 5. Slot hole, werde ich dann auch noch die Serverleistung grad erhöhen ok ok AC, meine Sachen ich hab sie nicht du fährst doch meine Rüstung ich hab deine Rüstung nicht das, äh, Eisendings hab ich schon vorher hey, geh weg du magst nicht verteidige mich, du bist der Mann-Kau-Hinde, du Fluby, hier dein Helm ach, cool warte, was haben wir denn noch für dich? äh hier dein Eisenharnisch ah geht doch äh mehr hab ich leider nicht hat jemand Holz? gib mir Holz Holz ich hab Kakaobohnen, sieht fast genauso aus boah, endlich sind wir aber alle vier zusammen, ist ja schön yay töten wir ah, alter, nein nein, alter ich hab nur noch halbes Herz, lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe Max alter, wer hat hier den Zaun abgewissen, ist ja voll äh Max Max du Sack hör mal zu, äh, ähm, nehm, nehm, wieviel, äh, Dings, die Hungerbalken fehlt dir? alles na dann ich hab noch ein halbes Herz und keinen Hungerbalken mehr, also wenn mir jemand haut, ich bin tot eins neiner muss, weiter, keiner aufbauen okay, wie muss ich das denn anordnen ich hab keine ahnung macht ähm... Weizen, Kakao ich hab's hingekriegt ja, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ob der Weizen links oder rechts Alter, da kriegt man ja acht Kekse für's ja geil mh ja ist versagereicher als Brot deswegen mach ich auch da auch einen Kekse ich hab gedacht, da kickt man bloß irgendwie 3 Kekse oder so das sind acht So, kommt euch den Lagerraum mal angucken, ob es euch so gefällt oder... Das ist scheiße. Warte mal, ich mach jetzt mal den Cheater an und schau durch. Durch die Wand, wenn es geht. Ha, cool. Sieht scheiße aus. Oh, scheiße. Das sieht nicht mehr im Lagerraum aus. Na ja, komm wir noch kisten. Es ist gefeuert, mein Freund. Es ist hässlich. Ich warte mal rein, wenn es mehr geht. Wirst du dich mit einem halben Herz wirklich mit mir anlegen? Nein, geweckt. Ja, warte. Ha, 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 gut gemacht, Mobi. Ich liebe dich. So, jetzt habe ich meine Sachen aber wieder. Begehe ich Selbstmord. So, mein schönes Eisenschwert hattest du also doch mein Eisenschwert. Da die Hosekappe haben. Nein, 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 nein. Du hattest zwei E-Schwerter, du du Horst. Und dann habe ich das einübersehen. Ich lasse das mal nicht drüber. Kann nicht jeder vor Ort nicht verlauern. Wie du kennst das ja. Und meine Fackeln hast du selber auch, glaube ich. Du bist du. Deine Fackeln hatte ich selber. Ich bin wieder am Spawn. Okay, dann gehe ich mal bis zum... Wo waren wir überhaupt? Ich weiß nicht. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo der Spawn war. Ich fliege hier gerade aus den Bäumen rum. Ein Cobblestone-Ring, den ich hier habe. Ich bin ja hier Meister des Orientierungssins und so. Ich bin... Ah, hier. Ah, hier. Ah. Wo ist meine Hose? Wer hat meine Hose geklaut? Ist alles drin. Oh, ihr seid ja schon da. Habe ich eigentlich alles geworfen. Ah, meine Hose fehlt. Moment. Mö, meine Hose... Leute, die Frauen einfach ihre Hose klauen. Normale Männer, würde ich sagen. Ja, ich hab die Hose noch nicht. Ich... Ich will meine Hose wieder... Nein, ich hab die Hose und Schnüffel da dran, du. Hahaha. Alter, hier liegen doch... Hey, liegen diese... Hier liegen doch noch... Hä? Alter! Hey, ohne Schei... Hey, kennt ihr diese komischen Fliegen, die stechen? Die sind neu. Nee, das sind Fliegen. Die sind aus wie Fliegen und so, aber die stechen. Die sind vorher aus irgendeinem komischen Land hergeflogen. Und die nerven, ey. Ah ja, und übrigens, hier liegen alle deine Sachen oben. Hier eine Lederhose. Ey, ich brauch Futter, ey. Hör auf, wie soll, ey? Äh, wie darf ich? Hey, ey, ey, sieh. Willst du meine Lederhose anziehen? Ja. Meine Lederhose. Hier noch drei Ziegelsteine an den Kopf. Dann würd ich sagen, wir machen jetzt noch, so nach, dass wir den Braunpunkt da auch haben, und dann, ich bin scheiße. Ja, ich, muss das mal zu euch. A.C., 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 A.C. A.C., 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 A.C. A.C., 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 A.C. du hast die tp, das ist ja auch gar nicht ich hab die halt im dschungel gesucht ja ja okay dann will ich mal sagen zum Ende der Aufnahme legen wir uns mal alle schön in unser Bettchen und schlafen und dann muss auch keiner mehr geportet werden ich schlafe ich bitte ich schlafe in der Arschritze von AC und da für die linken Seite so ich schlafe in der Arschritze von AC es ist ja mal nice ich lege mich ins Bett und kann aus dem Dach rausschauen krass ja gell voll cheater kann man draußen sehen wenn der Mond aufgeht also das ist mein Bett ja ich kann unser Haus sehen Problem ey ich finde das sieht geil aus also die beiden haben nichts gell ja aber du schläfst mit deinen Ziegelsteinen und Lederhosen das war aber geil okay ach ja ihr seid eine Bande so wollen wir uns noch alle Farben schicken ähm warte wir können ja auch wenn wir aufgestanden sind noch kurz gehen jetzt leg dich einfach mal bitte kurz hin danke dann gehen wir alle vor die Tür und dann können wir es tun warte mal ich will Epic Build machen ok sch 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 ich halte mal ein bisschen auf euch sch jetzt Eisgeld runter ist hoch sch 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 z sch 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 gen zu sch nicht johannes wenn lieber wer mir schon joe ich nenne dich jetzt johannes war ja ich kenne den johannes und der ist voll das opfer den nennen wir immer flubi das ist voll komisch naja ich stelle mich mal dazu weil wenn ich die ganze zeit so ranzoome das ist irgendwie so viel wie vor outsider so dann würde ich mal sagen wir drei haben mindestens dreimal so viel style naja also bis zum nächsten mal wollt ihr noch irgendwas sagen willst du was sagen ich habe ein schwert ja ich hab grad hd ausgeschaltet deswegen also ich sehe gar nicht was ich mache oh ich habe noch was zu sagen max 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 du bist herzlich du bist herzlich Ja, ich fand das... Ich fand das... Ähm... Was soll man sagen? Schluss, ihr schönen Abend, Mann ey! Jo, also wie gesagt, es war schön mit euch. Hoffe, es kommt wieder mal zu einem... ...Abkürzung. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Mal. Abunga, Bunga, Bunga! Wow! Ähm, mach die Aufmerksamkeit! Also, ich geh wehlen! Na, also, bis zum nächsten Mal! Haut rein und... Tschau! Tschau! Tschau!